Robert, kommen da noch welche? Ja, das wäre nett. Ja, kommst du noch? Ja. Die Sekunde haben wir noch. Gut, dann scheinen alle da zu sein, dann lasst uns doch anfangen. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf entstand. 5 zu 6 nach Elfmeterschießen. Ich begrüße die beiden Trainer Daniel Thun und unseren Trainer Fabian Hürzeler neben mir. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Ihr Statement bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich gar nicht lange mit dem Spiel aufhalten, weil es für uns wichtig war, vielleicht auch relativ schnell das Pokalspiel anzugehen und abzuhaken, unabhängig vom Ergebnis. Inhaltlich, glaube ich, haben wir das gegeben, was zu erwarten war. Wir haben das bekommen, was wir erwartet haben. Ich glaube, es war über weite Strecken dann Abnutzung. Es war von uns ein sehr diszipliniertes Verteidigen. Wir haben die Räume zugestellt und so verteidigt, wie wir es am Samstag schon vorhatten. Und es war ähnlich. Wir haben nicht diesmal diese individuellen Fehler gemacht, die wir am Samstag gemacht haben. Und entsprechend, glaube ich, haben wir da einen Schritt nach vorne gemacht. Und im Ballbesitz war es dann vielleicht auch einen Ticken besser. In einem Moment mit der Torchance oder dem Elfmeter, den wir zugesprochen bekommen haben. Und dann hinten raus natürlich auch mit dem zweiten Tor, wo wir einen Abschluss haben, auf den zweiten Ball fallen und den Ball reinmachen. Und der Rest war brutale Dramaturgie, Emotionen. Wenn man einen 120.9 bekommt, dann ist es schwer aufzustehen. Da bin ich sehr, sehr stolz und ein Kompliment an meine Mannschaft, dass diese Niederschläge sie dann nicht komplett aus der Bahn geworfen hat. Das Elfmeterschießen genauso, wo man in den Rückstand gerät, den Elfmeter dann hält und dann wiederholen muss und am Ende des Tages dann glücklich ein DFB-Pokalspiel gewinnt. Wir freuen uns maximal darüber, das Halbfinale erreicht zu haben. Und wir freuen uns sehr, sehr über den Sieg. Danke. Dankeschön. Fabian, dein Statement bitte. Moin zusammen. Erstmal Glückwunsch an Düsseldorf. Ich glaube, dass wir uns in jeder Lage schon in gewisser Maßen selbst angreifen müssen, weil wir bei 90 Minuten nicht das gespielt haben, was wir können. Natürlich ist es ein effektives Mittel, Mann gegen Mann über den ganzen Platz zu spielen, aber da muss doch unser Anspruch sein, bessere Lösungen zu finden, bessere Abläufe zu haben. Das haben wir nicht geschafft. Wir waren zu fahrig, wir waren zu fehlerbehaftet im Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt, hatten dann schon ein paar Aktionen um die Box herum, waren immer die spielbestimmte Mannschaft, haben gar nichts, glaube ich, zugelassen, was halt bitter ist, wie die Tore, Gegentore entstehen. Zweimal nach dem langen Ball von uns ist der sechste Raum von uns offen. Zweimal kommt da Düsseldorf dann zum Abschluss. Und so ist es dann nun mal in der Nachspielzeit bzw. in der Verlängerung, glaube ich schon, dass wir zweite richtig gute Tormöglichkeiten haben. Nutzen sie nicht. Hätten, glaube ich, Entführungen können, wenn nicht müssen. Dann wäre das Spiel anders gelaufen. So ist es dann am Ende Elfmeterschießen und dann Lotterie, wo dann einfach Düsseldorf das Quäntchen Glück hatte. So ist es im Fußball. Ich glaube, dass wir am Samstag wieder eine riesige Chance haben, eine Reaktion zu zeigen auf das Spiel. Und da geht der Blick auch hin, weil gute Mannschaften stehen genau nach solchen Niederlagen wieder auf und zeigen eine Reaktion. Und ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft eine gute Mannschaft ist, mit tollen Charakteren. Das haben sie auch heute wieder unter Beweis gestellt. Es hat das nötige Glück gefehlt, aber das werden wir uns wieder arbeiten. Ich wünsche Düsseldorf noch alles Gute in der Saison. Danke. Vielen Dank. Danke, Fabian. Kommen wir zu den Fragen. Beginnen mit Tim von Millan Thun. Herr Thun, ich weiß, Sie haben gesagt, Sie wollen das Spiel schnell abhaken. Ich habe trotzdem zwei taktische Fragen an Sie. Sie sind im Vergleich zu Samstagabend zwar immer noch weiterhin sehr mannorientiert gespielt, aber ich hatte den Eindruck, dass Sie trotzdem sehr viel stärker noch auf das Zentrum fokussiert waren, weil es eines Ihrer Probleme am Samstag vielleicht auch gewesen ist, dass immer wieder Bälle durchs Zentrum gekommen sind auf Johannes Eggestein. Davon gab es jetzt relativ wenig. Ist der Eindruck richtig, dass da der Fokus schon doch ein bisschen klarer auf das Zentrum gelegt wurde? Ja, also grundsätzlich, wenn Sie uns kennen, wir verteidigen ja sehr häufig im 4-4-2. Und entsprechend die Spielanordnung von St. Pauli, von Fabian ist häufig ausgerechnet mit 2-4-2-2 oder 2-4-4. Also grundsätzlich spiegelt sich das ja dann auch jedes Mal. Deswegen ist es ja für uns auch dann sicherlich sehr, sehr gewinnbringend, wenn wir mannorientiert verteidigen. Das haben wir am Samstag auch versucht zu tun. Diese Bälle aus der AV-Position haben wir nicht kontrolliert gekriegt, die auf Jojo Eggestein jedes Mal gingen. Wir wollten mutiger dort in der Position noch vorwärts und am Mann verteidigen. Was uns am Samstag gut gelungen ist, wir sind mit den Sechtern auf die zweiten Bälle gefallen. Heute war es nicht so viel nötig. Wir haben die Flügel auch etwas weiter innen spielen lassen, damit sie vielleicht auch diese Passwege zustellen. Und hatte dadurch den Eindruck, dass wir das Spiel vielleicht nochmal einen Ticken besser im Zentrum kontrolliert haben, als wir es am Samstag getan haben. Habe ich auch offen gesagt, die Schere ging am Samstag sehr deutlich auseinander. Aber grundsätzlich fand ich auch, dass wir es da gut verteidigt haben. Heute nochmal einen Ticken besser, einen Ticken aggressiver. Und entsprechend, glaube ich, war das dann der Schlüssel, dass wir im Offensivbereich vielleicht dann auch mal den einen oder anderen Moment hatten nach vorne, um auch vielleicht den einen oder anderen Abschluss mehr zu kreieren. Aber grundsätzlich war der Auftritt jetzt, glaube ich, auch von uns deutlich mutiger, als er noch am vergangenen Samstag zu Hause war mit dem Ball. Und Sie haben jetzt gerade Ihr 4-4-2 angesprochen. In der zweiten Halbzeit, in den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit, sah das vor allem die hintere Viererkette. War manchmal, dass Ushino und Gavori die Innenverteidiger waren. Klaus und Zolis die Außenverteidiger gewesen sind, weil Johannes Eggestein und Marcel Hartl ihre Innenverteidiger rausgezogen haben aus der Viererkette. Hätte das zum Problem werden können, der krassen Mannorientierung dann? Ja, das hatten wir ja am Samstag auch. Wir sind dann ja mit den Außenverteidiger und haben versucht, sehr weit einzurücken. Und vielleicht dann, so wie in der zweiten Halbzeit am Samstag, nicht in so eine Kontersituation zu kommen. Da war ja das 3 gegen 2, was am Wochenende ja hätte schon zum Erfolg führen können, zumindest das Überzahlspiel. Ja, in den Fällen haben wir sehr mannorientiert verteidigt. Wir haben zwingend nicht versucht, dann die Außenverteidiger, wenn sie in der 8 gegangen sind, dann haben wir sie nicht mit unseren Flügeln verteidigt. Sonst sind ein bisschen tiefer gefallen mit den Sechsern. Am Ende war es komplett mannorientiert und mit dem Wechsel, den Fabian vorgenommen hat, vielleicht viel mehr im Dreiaufbau, haben wir den Dritten halt auch mit hochgeschoben in der zweiten Halbzeit. Und ich fand, dass das ein Schlüssel sein kann, sein muss. Aber bei der Qualität, die die Truppe auf den Platz bringt und Fabian mit seinem Team auf dem Platz auch Qualität anbietet, ist es halt brutal schwer, das auch über 90 oder 120 Minuten zu verteidigen. Also das ist uns vielleicht heute besser gelungen, aber wir hätten das Ding ja auch verlieren können. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann unseren Gästen Glückwunsch und eine gute Heimreise Ihnen und Euch. Danke fürs Kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.